Bunt, opulent, barock, alles das könnte man über diese Uhren sagen oder auch einfach nur eine auffallende, schöne, hochwertige Qualität aus deutschen Landen. Über wen spreche ich? Ich spreche über Alexander-Schorokow-Uhren, die ich in diesem Video einführen darf in meinem Kanal und in Zukunft auch mehrere Uhren dieser Marke vorstellen. Die Marke ist super interessant, der Hintergrund ist interessant. Bist du interessiert, bleib einfach dran. Hallo und willkommen bei Watchmax's Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Alexander-Schorokow ist mein Thema heute. Bevor wir uns mit den Uhren beschäftigen, kleiner Fun-Fact vorab. Die Marke Alexander-Schorokow schreibt sich hinten mit Doppel-F. Der Inhaber und Gründer Alexander-Schorokow aber mit V. Warum das Ganze? Einfach, weil das Doppel-F etwas russischer wirkt und die Brücke schlagen soll zwischen dem Inhaber, der jetzt in Deutschland ansässig eine deutsche Uhrenmarke etabliert hat, zu seinen Russland-Wurzeln. Das ist der Hintergrund für alle, die dies noch nicht wussten. Schorokow mit Doppel-F am Ende und nicht wie der Inhaber mit V-Seit. Wann gibt es denn jetzt Alexander-Schorokow-Uhren? Dieses Jahr, das Jahr 2022, ist das Jahr des 30-jährigen Firmenjubiläums von Alexander Schorokow. Alexander Schorokow ist Bauingenieur und Architekt, insofern ein geschultes, ausgebildetes Auge für Proportionen, Formen, Maße, Design, aber nicht zwingend für Uhren. 1992 bis 1994 hat er angefangen, seine Marke zu gründen und hatte eine kleine Vertriebsfirma in Frankfurt. Hier hat er mechanische Uhrwerke verkauft und hat die Marke Poljot etabliert in Deutschland. 1994 bis 2002 hat er sich etwas verselbstständigt, eine eigene Linie herausgebracht mit Poljot International. Und insofern ist das der Beginn der Uhrenbauerei, des Uhrenmachens, unter seiner Ägide, aber noch nicht unter dem Markennamen Alexander Schorokow. Allerdings hat er mit Poljot International schon veredelte Werke eingeführt, also hier zeigt sich schon der Weg hin zu opulenten, schönen, optisch ansprechend designten Uhren, die nicht nur rein funktional sind. Im Jahr 2002, also dieses Jahr vor 20 Jahren, ist dann die Marke Alexander Schorokow eingetragen worden und seitdem werden die Uhren unter diesem Namen von Alexander Schorokow auch vertrieben. Das heißt Schorokow im Uhrenmarkt, 30-jähriges Jubiläum, Marke Alexander Schorokow dieses Jahr, 20 Jahre Jubiläum. Und seitdem sind die Uhren immer der gleichen Stilrichtung gefolgt, bunt, opulent, schön verziert, hochwertig, auffallend, extrovertiert, extravagant. Also nichts, was sich am Arm verstecken lässt, sondern etwas, was auffallen möchte. Der eigene Slogan ist Kunst am Handgelenk. Und so wie Kunst etwas ausdrücken möchte, gehört werden möchte, wollen diese Uhren gesehen werden und sich auch nicht verstecken. Alexander Schorokow hat im Wesentlichen drei Produktlinien. Das ist einmal Avantgarde, Vintage und Heritage. Alle drei sind ganz klar erkennbar als Alexander Schorokow Uhren. Allerdings unterscheiden sie sich im Detail. Er hat in seinem Portfolio Automatikwerke, Handaufzugswerke, er hat auch Regulatoren in seinem Portfolio sowie Chronometer. Also ein sehr breit aufgestellter Uhrenhersteller, der trotzdem eine sehr enge Nische bedient, nämlich die der auffälligen, bunten, künstlerisch gestalteten, opulenten Uhren. Schauen wir doch mal in eine Produktlinie rein, beginnend mit der Serie Avantgarde. Avantgarde ist gekennzeichnet durch sehr viel Farbe. Und ein Element, was sich bei allen oder fast allen Schorokow Uhren wiederfindet, ist die große 60 auf der 12 Uhr Position, die sich auch bei den Uhren der Avantgarde-Linie findet. Die Avantgarde-Linie bewegt sich über den ganz dicken Daumen gepeilt um die 3000 Euro Marke, 2800 bis hin zu knapp über 3000 Euro. Es gibt auch einige Uhren wie Diebding 2, die auch in die Avantgarde-Marke, Avantgarde-Linie hineinspielen, die knapp unter 2000 Euro liegen. Übrigens, die Diebding 2 werde ich euch auch in einem zukünftigen Video im Detail vorstellen dürfen. Insgesamt unglaublich viele Uhren in diesem Bereich. Ich kann sie euch gar nicht alle zeigen. Es gibt einfach viel zu viele einzelne Modelle, die sich teils nur in Nuancen unterscheiden, teils sehr, sehr deutlich unterscheiden. Aber ich lasse einfach mal ein Screen-Recording, ein Bildschirm-Recording durchlaufen, um einen Eindruck zu verschaffen. Anders geht es, glaube ich, überhaupt gar nicht. Ich bin, wie ihr ermerkt, wenn ich hier drauf gucke, selber immer wieder erschlagen, wie viel es doch zu entdecken gibt und wie viele Elemente bei Alexander Schorokow immer wieder kommen. Die 60 auf der 12-U-Position hatte ich erwähnt. Ebenso ist das Thema Totenkopf ein immer wiederkehrendes Thema bei Alexander Schorokow. Teils sind schwarz-weiß, teils sind bunt. Nie abschreckend, sondern immer künstlerisch gestaltet. Wirklich echt interessant. Die zweite Linie, die ich euch vorstellen möchte, ist die Linie Vintage. Bei der Vintage-Linie ist gerade aktuell ein neues Modell rausgekommen, die Vintage 7, die wie viele andere Uhren auch bei Alexander Schorokow limitiert ist. Auch die Vintage 7 werde ich euch in einem zukünftigen Video bei mir vorstellen können. Die Vintage-Linie ist nicht ganz so breit aufgestellt wie Avantgarde. Und die Vintage 7 unterscheidet sich sehr, sehr deutlich von den Lucky-Uhren aus der Vintage-Serie. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, warum die Vintage 7 nicht in die Avantgarde-Klasse passt. Preislich wird es passen. Vom Stil her wird es auch passen. Nicht meine Entscheidung. Die Vintage 7 ist bei den Vintage-Uhren und unterscheidet sich deutlich von den anderen Uhren, wie ihr hier auch im Screenshot sehen könnt. Die letzte Linie von Alexander Schorokow ist die Linie Heritage. Und die Linie Heritage setzt sich preislich nochmal deutlich ab. Hier sind wir in der 5000-Euro-Klasse. Hier haben wir etwas weniger Farbe. Dafür haben wir viel mehr Spiel mit Kontrasten. Also mit Schwarz-Weiß-Kontrasten. Und die Farbakzente sind sehr sparsam eingesetzt. Bei einigen Modellen werden bestimmte Symbole wie Schmetterlinge oder Blumen sehr pointiert eingesetzt. Bei anderen ist es tatsächlich der Schwarz-Weiß-Kontrast, beziehungsweise auch die Struktur des Ziffernblattes, wie zum Beispiel bei der Tchaikovsky. Auch diese Produktlinie ist nicht so umfassend wie die Avantgarde. Obwohl es hier deutlich weniger Farbe auf den Blättern gibt, ist auch diese Linie sehr eindeutig als Alexander Schorokow erkennbar. Mir persönlich sind die Uhren ein klein wenig zu unruhig für meinen Arm. Aber ich finde es grandios, mit wie viel Liebe hier Uhren gestaltet werden, die sich komplett vom Mainstream abheben, die einen exzellenten Ruf genießen, was Qualität, Service und auch Freundlichkeit der Marke betreffen. Ich habe noch nie etwas Schlechtes über die Marke gehört, was vielleicht daran liegt, dass es auch keine Mainstream-Marke ist, man nicht so viele trifft, die eine Alexander Schorokow haben. Aber alle, die eine haben, konnten bisher in Gesprächen mit mir nur Positives berichten, was ich persönlich sehr hoch anrechne. Und ich mag es einfach, wenn jemand eigene Wege geht und Außergewöhnliches kreiert. Nehmen wir zum Beispiel aus der Linie, die ich euch gerade zeige, die Fedor Dostoyevsky als, ja es ist nicht wirklich ein Bullhead, weil es kein Krono ist, aber die Krone oben auf der 12 Uhr Position. Ich persönlich feiere sowas und finde es klasse. Und bei der Dostoyevsky könnt ihr auch nochmal die Struktur des Ziffernblattes sehen. Auch das ist etwas Besonderes. Ich weiß nicht, ob es ein Golfball ist oder Leder, das kann ich hier nicht hundertprozentig erkennen. Insgesamt aber wirklich richtig schöne ausgefallene Uhren. Und ich freue mich total auf die kommenden Reviews, die ich zu dieser Marke machen darf. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von der Marke haltet. Und ob ihr einen ganz besonderen Wunsch einer Uhr habt. Falls sie nicht in den Uhren ist, die ich sowieso zum Review bekomme, schaue ich mal, ob ich das in 2023 möglich machen kann. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Tschüss, euer Axel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017